Was hat das mit dem Thema Tanz der Scharniere zu tun? Das geht nicht so scheiße, aber echt. Warum nicht das Auto umdrehen und gehen weg? Was machst du denn eigentlich? Was für Presse ist denn jetzt? Pressefreiheit, es gibt ja gleich Freiheit. Ja, klar, klar. Ah, scheiße, Pressefreiheit! Jetzt darfst du aber auch nicht mehr Mühe machen.